Ja, hallo, mein Name ist Lisa Dickreiter. Ich lese Ihnen jetzt aus dem Roman vom Atmen unter Wasser vor und ich fange direkt mit dem Prolog an. Der ist aus der Sicht von Simon, das ist der Sohn der Familie Bergmann. Mit sieben Jahren beschloss ich, meine kleine Schwester für immer loszuwerden. Wir saßen allein in der Küche, Sarah in ihrem Laufstall, für den sie längst zu alt war, und ich am Tisch vor meinem Müsli. Wo meine Mutter an diesem Morgen war, weiß ich nicht und auch nicht, was sie tat. Vielleicht goss sie draußen im Garten die Beete, bevor die Sonne zu hoch dafür stand, vielleicht hängte sie die Wäsche auf. Wir haben nie darüber gesprochen. An alles andere erinnere ich mich noch ganz genau. An Sarah, die im Laufstall ihre Puppe mit Papierschnipseln fütterte und dabei unaufhörlich vor sich hin plapperte. Und ein Hapa für Mama, Baby Simon. Und ein Hapa für Papa, Baby Simon. An meine dampfende Tasse Kakao, die unerreichbar auf dem Kühlschrank stand und die ich erst bekommen würde, wenn ich das Müsli aufgegessen hatte. Das Müsli. Eingelegte Körner von meiner Mutter am Vorabend geschrotet, dazu geriebene Äpfel, zermatschte Bananen und Sandornsaft. Jeden Löffel wirkte ich in Zeitlupentempo hinunter, die Bananenstückchen waren schon ganz braun und fühlten sich auf der Zunge wie schleimige Schnecken an. Doch ich traute mich nicht, mein Müsli ins Klo zu kippen. Es würde bestimmt wieder was an der Brille oder am Deckel kleben bleiben, das mich meiner Mutter verriet. Der nächste Löffel. Ich hielt mir die Nase zu und schob ihn in den Mund. Schluckte, ohne zu kauen. Simi, Hapa. Sarah klatschte und strahlte mich durch das Holzkitter hindurch an. Ich streckte ihr die Zunge raus. Ein Bananenstückchen fiel auf den Flickenteppich und ich trat es mit meinen Strohschuhen fest. Ich hätte viel lieber Kornflecks gegessen, aber die bekam nur noch Sarah, weil ich für die Schule ein lang anhaltendes, energiereiches Frühstück brauchte. Wahrscheinlich lag es daran, dass sie sich auf dem Boden wälzte und schrie und ich nicht. Ich spähte durch das Küchenfenster in den Garten hinaus. Meine Mutter war immer noch nicht zu sehen. Ich lauschte. Meine Mutter war immer noch nicht zu hören. Und ein Hapa für Sarah, Baby Simon? Auf einmal wusste ich, was ich zu tun hatte. Ich ließ den Löffel ins Müsli fallen und sprang vom Stuhl. Rasch glaubte ich das Milchgeld und ein Lolli aus der Tonschale. Dann hiefte ich Sarah aus dem Laufstall. Zweimal rutschte sie mir aus den Armen und blumste auf den Boden zurück. Sie war schwer und das Holzkitter hoch. Komm, sagte ich, als ich sie und Baby Simon endlich draußen hatte. Ich zeig dir was. Ich steckte meine Pocketkamera ein, ohne die ich damals nirgendwo hinging, nahm Sarah an die Hand und schon waren wir zur Haustür raus und liefen die Straße zur Bushaltestelle hinunter, so schnell es ihre kurzen Beine erlaubten. Auf der Bank wartete bloß eine alte Frau, die in einer Zeitung blätterte und nichts zu uns herüber sah. Ich zog Sarah zum Fahrplan, der an der Seitenwand des Unterstandes hing. Viel zu weit oben und nichts da, worauf ich hätte klettern können. Ich versuchte es mit Hüpfen, aber das brachte nichts. Mal stieß ich gegen den Mülleimer, mal schrammten meine nackten Knie die Seitenwand entlang.